Liebe Mitdenker, das Mitdenkforum stößt, und darüber freuen wir uns sehr, auf regen Zuspruch. Und wir freuen uns, dass Sie die Chance wahrnehmen, sich einzubringen und sich auch entsprechend mit Vorschlägen gemeldet haben. Und lieber Herr Schmidt, Klaus-Jürgen Schmidt aus Hünfeld, schreibt uns, er möchte die breite Mitbestimmung auch im Wahlrecht insgesamt ausgedehnt haben. Und er möchte gerne, dass Kumulieren und Panaschieren auch bei der Landtagswahl eingeführt wird. Ich muss sagen, ein spannender Gedanke. Ich habe damals für die Kommunalwahlen Kumulieren und Panaschieren in Hessen eingeführt. Und es wird öfters darüber diskutiert. Ich bin sicher, dass das in unserer Programmkommission auch eine engagierte Diskussion bringen wird. Und ich lade Sie herzlich ein auf unserem Forum. Beteiligen Sie sich. Was meinen Sie? Herzlichen Dank für Ihre Mitwirkung.